Ich habe hier eine Excel-Tabelle mit Überschriften und drei Datensätzen. Folgendes will ich machen. Ich will aus dieser einfachen Excel-Tabelle eine mehrsprachige Tabelle machen. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Sprache eingebe, zum Beispiel Englisch, soll dann hier der englische Begriff stehen, zum Beispiel Name, Surname und so weiter. Und wenn ich wieder auf Deutsch zurückstelle, dann erscheinen diese deutschen Überschriften wieder. Als erstes muss ich eine Zelle festlegen, wo ich meine Sprache eingeben werde. Ich mache folgendes. Ich schreibe hier Sprache und in A2 gebe ich dann meine Sprache ein. Das Problem ist folgendes. Wenn ich jetzt hier jedes Mal meine Sprache tippen muss, dauert mir das erstmal zu lange. und es können sich auch Tippfehler reinschleichen, wenn diese Tabelle auch von anderen Personen angewendet wird. Es kann sein, dass die Personen nicht mehr Englisch schreiben, sondern nur EN oder nur E. Und das würde meine ganze Logik kaputt machen. Deswegen, in solche Fälle, baue ich mir ein Dropdown. Das Dropdown beschränkt die Eingabe ausschließlich auf diese Einträge, die im Dropdown sind. Das heißt, wenn ich jetzt einen Dropdown mache, auf zwei Begriffen, Englisch und Deutsch, dann kann der Anwender nur einen von den zwei Begriffen eingeben und das erleichtert meinen Job bei dem Aufbau von dieser Übersetzungsfunktion. Und wie man einen Dropdown Excel aufbaut, ist es ganz einfach. Man geht zu dem Menü Daten und dann zu dem Punkt Datenüberprüfung. Das ist jetzt hier die Version 2010. In älteren Versionen von Excel wird man diese Funktion bei Daten und dann dem Menüpunkt Gültigkeit finden. Auf OpenOffice findet man das unter Daten und dann Gültigkeit. Da kommt man, wenn man hier drauf klickt, da kommt man auf genau dasselbe Fenster. Dieses Fenster sieht genauso aus wie in der älteren Version von Excel oder auch wie im OpenOffice. Standardmäßig ist die Einstellung auf jeden Wert. Wir wollen jetzt aber nicht jeden Wert erlauben, sondern nur Werte aus einer Liste oder Dropdown-Liste. Und die Werte, die legen wir jetzt hier fest. Einmal Deutsch und einmal Englisch. Okay. So, und so habe ich jetzt meine Liste. Jetzt kann der Anwender, ist es auch von der Auswahl her wesentlich einfacher, als immer die Sprache eintippen zu müssen. Okay. Jetzt kommt die richtige Arbeit, nämlich wir müssen hier etwas machen, dass sich dieser Begriff oder diese Überschrift, dass sie sich automatisch ändert, sobald sich die Sprache ändert. Und dafür brauchen wir die Funktion wenn. Ich habe hier eine kleine Skizze von der Wenn-Funktion gemacht. Und die Wenn-Funktion, wie man hier sieht, besteht aus drei Bereichen. Der Vergleich-Bereich, der Dann-Bereich und der Sonst-Bereich. Hier im Vergleich, da wird die Kondition reingeschrieben, die diese Wenn-Funktion erfüllen muss. Das heißt, in unserem Fall wäre das, die Kondition heißt, Sprache ist gleich, wird, ist es egal, machen wir mal Deutsch. Was soll dann passieren? Das heißt, ich habe hier eine Bedingung gesetzt, Sprache ist gleich Deutsch. Das ist meine Bedingung. Jetzt, die Wenn-Funktion nimmt diese Bedingung und gibt mir zwei Alternativen. Eine Dann-Alternative und eine Sonst-Alternative. Und jetzt die Frage ist, wenn die Sprache Deutsch ist, was soll passieren? Beim Vorname soll dann Vorname drinstehen. Wenn die Sprache Deutsch ist, soll dann Vorname drinstehen. Und wenn die Sprache nicht Deutsch ist, dann soll was, oder sagen wir mal so, wenn die Sprache Deutsch ist, dann Vorname. Ansonsten, also quasi, wenn sie nicht Deutsch ist, dann der englische Begriff. Nein. Man kann es auch umgekehrt machen. Man kann sagen, okay, wenn die Sprache Englisch ist, was dann? Dann kommt der englische Begriff zuerst. Ansonsten der deutsche Begriff. Okay. Jetzt könnten wir es gleich implementieren. Man klickt hier rein. Und dann mit dem Funktionsassistent. Jetzt, wir haben hier zuletzt verwendet. Da sieht man die ganzen Funktionen, die man zuletzt verwendet hat. Wenn ist da, zufällig jetzt. Nehmen wir an, sie wäre nicht da. Dann könnte man die Wenn-Funktion oder jede andere Funktion über alle. Und dann, wenn, die sind jetzt, unter alle sind alle Funktionen alphabetisch aufgelistet. Wir brauchen, wenn, das ziehe ich unten. W. Und, da muss man noch ein bisschen tiefer. W. Wenn. Da ist sie. Und, wie wir sehen, hat die Funktion diese drei Bereiche, die ich hier auf der Skizze habe. Jetzt die Prüfung. Sprache ist gleich Englisch. Kann ich einfach nicht so reinschreiben, weil der Begriff Sprache ist für Excel total unbedeutend. Excel versteht nur Zellbezüge. Jetzt die Frage ist, wo ist meine Sprache? Meine Sprache ist in der Zelle A2. Also, A2 anklicken. Ist gleich Englisch. Englisch ist ein Text. Deswegen muss ich das in sogenannte Gänsefüßle eingeben. Ja, und da steht jetzt hier falsch. Falsch heißt nicht, dass ich hier einen Fehler gemacht habe, sondern, dass der Zellinhalt, der jetzige Zellinhalt, nicht der Bedingung erfüllt. Ja, weil jetzt hier Deutsch steht, meine Bedingung erfordert Englisch. Hier steht Deutsch, die Aussage heißt nur, dass der jetzige Inhalt nicht das erfüllt. Das ist kein Hinweis, dass da irgendwo ein Fehler ist. Es ist nur ein Hinweis, dass der Inhalt, der jetzt da drin ist, in dieser Zelle, nicht diese Bedingung erfüllt. Okay, so. Dann, was passiert dann? Dann soll der englische Begriff erscheinen. Nein. Ansonsten der deutsche Begriff-Vorname. Und hier sieht die Vorschau, in dem Fall würde jetzt Vorname erscheinen, weil wir ja auf Deutsch gestellt haben. Und jetzt könnten wir die Funktion mal ausprobieren. Englisch, Deutsch. Wir könnten jetzt genau dasselbe hier machen bei Nachname. Wieder Funktionsassistent. Gehen wir auf zuletzt verwendet. Da ist die Wenn-Funktion. Jetzt diesmal machen wir mal die Logik andersrum. Die Logik andersrum, nämlich wir nehmen A2 ist gleich. Ja, jetzt hier in dem Fall ist es wahr, weil in dem Fall tatsächlich der Inhalt erfüllt die Bedingung, die hier drin steht. So, jetzt muss man hier aufpassen, man darf nicht den englischen Begriff nehmen, sondern jetzt muss zuerst der deutsche Begriff kommen. Und das ist bei Nachname kommt dieser Begriff und dieser englische Begriff. Und man sieht hier, nachdem man mit dem Assistent fertig ist, der Assistent schreibt dann die Funktion hier rein. Und man sieht dann, die Logik hier ist, A2 ist gleich Deutsch. Das ist der erste Teil dieser Prüfungsbereich. Und dann sieht man, der Dann-Wert hier ist dann der deutsche Begriff. Und hier, der Sonst-Wert ist dann der englische Begriff. Während hier ist es gerade umgekehrt, A2 ist gleich Englisch, das ist die Logik. Dann ist der Dann-Wert der englische Begriff und hier ist der deutsche Begriff. Und wenn man sieht, aber wenn es funktionieren, tun sie beide gleich. Und deswegen ist es komplett egal, wie man jetzt seine Logik aufbaut. Entweder Sprache gleich Englisch oder Sprache gleich Deutsch, spielt keine Rolle. Jetzt gehen wir hier mit dem Geburtsdatum. Hier im Geburtsdatum probieren wir es mal ohne Assistent, indem man die Funktion manuell einträgt. Hier ist die Funktion, so muss sie ausschauen. Das probieren wir hier aus. Eine Funktion fängt immer an mit ist gleich, Funktionsname, in dem Fall wenn. Und jede Funktion fängt mit einer offenen Klammer. Jetzt kommen wir zu dem ersten Bereich, die Prüfung. Das kennen wir schon, ist gleich. Jetzt ist es egal, was für euch reinschreiben. Ich schreibe mal Deutsch. Und dann kommt der Dann-Wert. In dem Fall, wir sind jetzt bei Geburtsdatum. Also, wir müssen mal die Grenze füße auf, die Geburtsdatum. Und dann Semikolen, jetzt kommt der Sonst-Bereich. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten. Und das ist Burngate. So, und jetzt ist die Funktion fertig. Und so. Ja, man sieht es hier ganz gut. Das ist der Dann-Bereich, nach dem ersten Semikolen. Und nach dem zweiten Semikolen kommt dann der Sonst-Bereich. So, funktioniert es. Und für die Firma können wir es genau das selbe machen. Aber wir machen jetzt mal etwas Cleveres. Und nämlich, wir probieren diese Funktion nach rechts zu ziehen. Wie man es mit Formeln macht. Man zieht diese Funktion nach rechts. Was passiert da? Wenn man jetzt hier schaut, hier sieht es richtig aus. A2. Die Prüfung hier heißt A2 ist gleich Deutsch. Okay. Und was steht hier? Hier steht B2 ist gleich Deutsch. Aber in B2 ist ja gar nichts. Wie kommen wir auf B2? Und das Problem wird noch schlimmer, wenn man es noch einmal rüberzieht. Wenn man hier schaut. Hier steht jetzt C2 ist gleich Deutsch. Und da steht ja etwas ganz anderes drin. Das passiert durch das Ziehen. Wird aus A, B. Also aus A2, B2. Und noch einmal, wenn man dies noch einmal rüber schiebt. Dann wird aus der B2 ein C2. Um sowas zu vermeiden, muss man die Zelle hier festlegen. Eine Zelle festlegen kann man mit der Taste, wenn man einfach die Zelle hier anklickt. Oder markiert. Kann man auch markieren. Oder anklickt. Und dann mit der F4 Taste auf der Tastatur kann man das dann festlegen. Und da hat man dann nicht mehr A2, sondern Dollar A, Dollar 2. Was das heißt, das ist immer noch die Zelle A2. Aber das heißt jetzt, dass beim Ziehen verschiebt sich diese Zelle nicht mehr. Das heißt, beim Ziehen bleibt das immer auf A2. Und das ist ja was wir wollen. Weil die Sprache ist ja nur in dieser Zelle A2. Probieren wir es mal aus. Und jetzt, wenn man sieht, hier ist A2. Hier ist genauso A2. Wenn man es noch einmal sieht, bleibt immer noch auf A2. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Jetzt hier. Also wie gesagt, wenn man eine Zelle festlegen will, muss man nur anklicken und dann auf der Taste F4 auf der Tastatur drücken. Und schon ist das automatisch auf, hat das dann diese Dollarzeichen. Und wenn man es wieder auf dem ursprünglichen Stand zurückhaben will, also quasi nur A2, dann muss man nochmal klicken. Und man kann so lang klicken, bis man das hat, auf der F4 Taste. Jetzt haben wir normal A2, jetzt haben wir Dollar 2, jetzt haben wir A, Dollar 2, Dollar A2 und dann wieder A2. Also man kann immer auf der F4 Taste klicken und so hat man dann den Stand, den man braucht. Meistens braucht man entweder Dollar A, Dollar 2 oder einfach nur A2. Okay. So. Und jetzt muss man nur noch die Texte ändern. Das heißt, hier kommt dann die Firma und hier Company. Und das war's. Jetzt müsste eigentlich alles gut.